Yes! Kleine Spritz zu gefällig. Bist du irre? Was hat das mit Clay zu tun? Was für eine Scheiß-Botschaft steckt dahinter, wenn ihr einen Porsche klaut? Jetzt habt ihr nicht so! Es gab halt kein Scheiß-Renault. Superhelden brauchen ein Superhelden-Auto. Genau! Außerdem ist der nicht geklaut. Der ist gewonnen. Bitte. Vergiss es.